Ho 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 ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Adventskalender für dich, den ich mir bei Parfum Dreams bestellt habe. Also ja, das ist der Art Deko Adventskalender. Der ist riesengroß. Also wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Also der Adventskalender soll nur dekorative Kosmetik im Wert von 170 Euro beinhalten und er hat 59,95 Euro gekostet. Das ist ganz schön teuer, finde ich. Ich bin aber sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Art Deko ist eine ziemlich hochpreisige Marke und dafür, dass die Marke sehr hochpreisig ist, wirkt der Kalender relativ billig. Also ja, es ist schön, dass es hier Hochglanz ist, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich muss mich, ne, wir müssen erstmal reinkommen hier in den Flow. Wir haben hier im Hintergrund Christmas Beauty Moments, eine Mascara, ein Nagellack, Lippie, eine Lidschattenpalette. Das sieht alles soweit so gut aus und ich würde sagen, wir gucken mal zusammen rein, was sich hier drin verbirgt, oder? Art Deko war tatsächlich, oder ein Art Deko Lidschatten war der erste Lidschatten, den ich jemals besessen habe. Ein Mono war das. Okay, wir haben hier die Nummer 1. Oh, hier steht immer was drin. Oh, guckt mal, hier steht zu den Produkten immer drin, was es ist, aber ich kann es euch ja einfach sagen. Wir gucken einfach mal. Da steht auch direkt die Farbe abgebildet, also das hier wird ein Move sein, das finde ich auch ganz nett. So schaut er aus. Das ist ein Color Lipshine in der Farbe, weiß ich nicht, ist das 17S oder 121.20, das weiß ich noch nicht. Der sieht aber richtig schön aus, okay. Es ist ein, es ist ein Rot und ich habe gesagt, rote Lippenstifte möchte ich nicht behalten, aber vielleicht geht das ja auch so ein bisschen als Peach durch. Komm, wir swatchen den jetzt mal. Der sieht super schön aus, der hat ja auch so Sparkles mit drin. Und wenn ich den hochdrehe, sieht alles wunderschön aus. Ich habe nicht viel von Art Deco, das hat jetzt nach nichts gerochen und der ist sehr schön, sehr schier. Komm, das ist ja doch ein Rot, ne. Aber ich behalte ihn. Es wird ein Teil von dem Adventskalender tatsächlich auch an einen von euch verlost. Was es dann sein wird und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, sage ich dir im Laufe des Videos. Die Nummer 2 ist hier, die ist ganz schön klein. Okay, das ist ein Eyebrow Powder. Ich habe mir jetzt mittlerweile so eine Nagelfeile hier hingelegt, weil meine Fingernägel sehen aus, Leute. Das geht gar nicht mehr. Okay, ja, das hat so einen Magneten hier hinten dran. Ich glaube, das kann man dann irgendwo an irgendwelche Leerpaletten dran machen. Eyebrow Powder in der Farbe 3 Brown. Das sieht aber ganz gut aus, oder? Also mir gefällt das auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mir passen würde. Und das ist halt exakt genau so, wie ich damals den Lidschatten hatte. Man schiebt es so zur Seite. Das ist gerade ein bisschen nostalgisch. Aber ich habe so wenig von Art Deco. Ich glaube, ich habe gar nichts von Art Deco in meinem Sortiment. Ich swatch den jetzt mal neben dem Lippenstift. Sehr, sehr subtil. Sehr dezent. Da sieht man nicht viel von. Also für mich genau passend. Ich finde es halt schwierig, solche Produkte in den Adventskalender reinzumachen, weil du natürlich nicht weißt, welche Person das aufmacht. Also wenn jemand das aufmacht, der halt rote Haare hat oder sowas, hat er dann echt ein Problem. So, die Nummer 3 haben wir hier oben. Und auch das ist ein kleines Kläppchen. Da haben wir... Oh nein, das finde ich jetzt blöd für einen Kalender mit 60 Euro knapp. Ja gut, haben wir sowas mit drin. Das ist halt jetzt passend zu der Nummer 2. So ein Augenbrauenpinselchen, was man für einen Euro irgendwie kaufen kann. Das finde ich ja großartig. Schön. Die Nummer 4 haben wir hier. Und die ist ein bisschen größer wieder. Ein Nagellack. Sehr schöne Farbe. Schönes Orange. Kein klassisches Rot. Und ich mag gerne orangefarbene Nägel. Ich mag generell bunte Nägel richtig gerne. Und das ist dieser hier. In der Farbe Inki 107, wenn das die Farbe ist. Oder 208 oder 1180. Das ist immer ziemlich schwierig hier mit den Farbezeichnungen. Oder 27X. Keine Ahnung. Da stehen hier so komische Sachen drauf. Finde ich aber richtig schön. Und so ein orangener Nagellack, den kann ich gut gebrauchen. Kommen wir nun zu dem Tag vor Nikolaus. Die Nummer 5 haben wir hier oben. Eine Nagelfeile. Auch das. Ein Klassiker, würde ich mal so sagen. Ach Mensch. Ich hätte in dem Kalender jetzt echt nicht solche Zusatzviecher erwartet. Das ist einfach eine Nagelfeile. Ja. Schade. Ist ein Füllartikel. Also Nagelfeilen kann man gut gebrauchen. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber es ist halt ein Füllartikel in einem 60 Euro Kalender. Das finde ich ein bisschen unpassend. Die Nummer 6 ist Nikolaus. Und das mache ich hier mal auf. Das ist ein Roll-It-Disk-Eyeliner. Ja. Den hatte ich so ähnlich schon mal von Love. Und solche Roll-Eyeliner sind gar nichts für mich. Da bin ich ehrlich. Der wird jetzt in die Verlosung wandern. Du hast halt vorne nicht so eine ganz klassische Spitze. Komm. Ihr habt es jetzt gesehen. Ich kann das jetzt mal kurz aufmachen. Genau. Der hat halt vorne so eine Rolle dran. Das sieht aus wie ein Pizzaroller. Und damit kannst du dann quasi ganz, ganz nah. Das ist schön. Aber ich komme damit nicht klar. An deinen Wimpernkranz malen. Um einen schönen Eyeliner zu malen. Da fährst du richtig entlang. Ist aber kein Produkt für mich. Deswegen wandert der in die Verlosung. Die Nummer 7 haben wir hier. Also die Kläppchen lassen sich gut öffnen. Und die meisten Produkte lassen sich gut entfernen. Und bislang ist auch noch nichts verrutscht. Das ist auch sehr positiv. Hier haben wir ein Full Precision Lipstick. Und auch wieder offensichtlich kein klassisches Rot-Rot. Also Rot-Rot-Rot. Ja, wobei das ist schon ein bisschen... Aber egal. Das ist ein... In der Farbe 70. Ein Lippenstift. Und ich glaube, das ist ein Stift-Stift. Das ist hier unten auch die Farbe. Die nennt sich Nummer 70. Shy Coral. Oh, der sieht auch schön aus. Hat gar keinen Duft. Und das ist so ein Dreieck. Und so Korallentöne finde ich immer sehr zeitlos. Immer sehr, sehr schön. Oder er ist sehr matt. Das ist eigentlich nicht so ganz meine Welt. Und er ist richtig schön knallig. Für mal kann man das auf jeden Fall haben. Wenn man einfach mal an einem schönen Frühlingstag oder so einen schönen Lippi haben möchte. Ist das ganz nett. So, hier haben wir die Nummer 8. Huch, ich hab's zerrissen. Das war nicht meine Intention. Mist, 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 Mist. Ja, das passiert. Ein Kajal-Liner haben wir hier drin. In Schwarz. Und das ist einer zum Anspitzen. Jedenfalls war da auch gerade ein Spitzer abgebildet. 0,2 ist hier die Bezeichnung. Ja, der wird auch in die Verlosung wandern. Ne, dann hab ich euch zwei Kajals reingelegt. Das ist auch blöd. Der wird demnächst mal verlost werden. Das ist dann auch blöd, ne. Das muss jetzt auch nicht sein. Aber ich mag nicht so gerne diese Stiftprodukte, weil ich hab ein Schlupflid. Und das stempelt bei mir halt gerne mal ab, ne. Und gerade halt die Stifte, die eigentlich Kajale sind und keine Eyeliner im klassischen Sinne. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Da muss ich ehrlich sein. Die Nummer 9 gucke ich mir mal an. Aber an und für sich ist Kajal eine gute Geschichte in einem Adventskalender. Und es ist halt auch was anderes als ein Eyeliner. Ne, also daher beschwere ich mich auch nicht. All-in-One-Nail-Lacker in der Travel Size. Das ist dann quasi nicht die Originalkurse. Die Originalkurse haben wir da ja schon. Und das ist einfach durchsichtig. Kann man als Überlack verwenden. Oder wenn man einfach so seine Nägel lackieren möchte. 4ml sind enthalten. 20x. Aber ich glaube 20x stand hier doch auch drunter. Ne. Das war 27x. Das ist 20x. Dann ist das wohl die Farbbezeichnung, wa? Wird auf jeden Fall in die Verlosung wandern, denn durchsichtige Lacke habe ich tatsächlich schon einige da. Bin aber echt gespannt, wie die Qualität von diesen Nagellacken von Art Deco ist. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. So, dann gehen wir jetzt mal weiter zu der Nummer 10. Die ist hier unten. Oh, ja. Das ist ein Lip-Lacker in Matt. Also nichts für mich. Der wird auch bei euch in die Verlosung mit reinkommen. Long Lasting. 38 27x ist die Farbe scheinbar. Das ist ein schöner Rosenholz-Move-Ton. Das ist ein schöner Ton. Schön dunkel. Richtig, ne. Mag ich gerne leiden. Aber ich mag leider keine matten Lippenprodukte. Das heißt, der wird auch bei euch in die Verlosung wandert. Schon das dritte Produkt für euch. So, das war die Nummer 10. Wir sind im zweistelligen Bereich. Jetzt gehen wir mal weiter zu der Nummer 11. Das ist hier riesengroß. Was da wohl drin ist? Ah, okay. Ja. Perfekte Foundation. Und das ist dann wohl eine Probe, ne. Alles andere würde mich jetzt auch wundern. Genau. Da haben wir einfach eine Foundation-Probe. In der Farbe Cool Cashew drin. 32. Das wird mir sowas von zu dunkel sein. Ich sammle Proben immer ganz gerne. Und mache dann Probenverlosung daraus. Das heißt, das hier wird auch weiter wandern. Aber halt dann anderweitig. Ich hätte die Art Deco Foundation tatsächlich gerne mal getestet. Aber 32 Cool Cashew. Nein. Ich brauche die Farbe Leichenblass oder sowas. Kommen wir zur Halbzeit. Die Halbzeit ist für mich auch immer eine ganz wichtige Geschichte. Das ist einfach so die Hälfte vom Adventskalender. Und dann setze ich da immer große Stücke drin. Okay. Wir haben einen Galaxy Eye Powder hier drin. Ich finde es auch ganz cool, dass es relativ abwechslungsreich ist. Du hast Nagellacke, Lippenprodukte, Augenprodukte und ja. Eipowder. Da weiß ich überhaupt nicht, was das sein soll. So schaut auf jeden Fall die Verpackung aus. Es ist mit so einem Schwammapplikator. Und das macht man dann auf die Augen. Ach, guck mal. Das ist wie so ein Puder Lidschatten to go. Und hier oben hast du dann die Farbe drin. Spektakulär. Wow. Der ist aber schön. Den kannst du schön nehmen, um außen zu verdunkeln. Das gefällt mir. Das ist echt hübsch. Und der schimmert auch echt wundervoll. Also der wird ausgetestet. Das ist ja krass. Ich habe ja überhaupt keinen Fable für Monolidschatten mehr. Aber den finde ich ja toll. Ich weiß nicht, lässt er sich auch verblenden? Der fühlt sich auch recht cremig an. Sehr, sehr angenehm. Ja, und auch verblendet sieht der toll aus. Das ist echt schick, ne? Kann ich mir gut vorstellen für das äußere Drittel. Klasse. Yay. So, das war eine gute Halbzeit. Dann machen wir jetzt mal weiter mit der zweiten Hälfte des Kalenders und der Nummer 13. Hier haben wir einen Color Booster Lipgloss. Ich liebe Lipglosse. Das ist echt so ein bisschen mein, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Mein Kryptonit oder so. Ja, ich liebe Lipglosse. In der Farbe 1-14-X. Jo. Ich weiß nicht, was genau der da machen soll. Weil wenn da Color Booster draufsteht, dann soll der ja eigentlich die Farbe verstärken, die sich da drunter verbirgt. Oh, das riecht so lecker minzig. Da ist bestimmt noch so ein Plumping-Effekt mit dabei. Ja, der ist einfach durchsichtig. Und ich denke, wenn du den dann halt drüber machst, dann wird das, was du auf den Lippen hast, shiny werden. Finde ich jetzt schwierig. Wenn ich das hier so drauf habe, dann wird der Applikator dunkel. Aber den kann ich ja sauber machen. Ne, das hat jetzt auch gar nicht abgefärbt. Der gute Banana Beauty Liquid Lipstick. Übrigens der einzige in seiner Konsistenz, der überhaupt auf meine Lippen darf. Gefällt mir. Dann wirkt das Ganze auch nicht so furchtbar trocken auf meinen Lippen. Gucken wir mal, ob das jetzt den Lippenstift abträgt. Weiß ich nicht, weil normalerweise mit Öl und sowas kannst du ja quasi die Produkte auf den Lippen dann ja lösen von Banana Beauty und Co. So, gute Nummer 13. Also dieser Adventskalender, abgesehen von diesen zwei Füllartikeln, macht mir bislang mit am meisten Spaß von allem, was ich so bislang geöffnet habe. Die Nummer 14. Hier haben wir ein, ja, das ist so nostalgisch, ein Lidschatten. Und zwar ist das hier die Farbe 180 Pearly Golden Olive. Das ist dieser hier. Der kommt mit in die Verlosung, weil ich bin ja echt kein Fan von Monolidschatten, ne. Aber die von Antico sind echt cool. Mensch, das feierlich. Ich finde es schön. Deswegen swatche ich den jetzt auch nicht. Der dürfte auch sehr, sehr ähnlich zu dem hier dann sein, ne. So, dann gucken wir uns mal die Nummer 15 an. Die ist hier. Ganz klein. Oh, bitte jetzt nicht irgendwie ein Lippenpinselchen oder sowas. Oh nein. Ein Eyeshadow-Applikator. Der gehört dann mit zu eurem Lidschatten. Freut ihr euch? Ich meine, steht Art Deco drauf. Mit diesen kleinen Schwämmchen-Applikatoren kannst du übrigens auch wirklich, das hat mir die liebe Nicole von Unbox Butterfly Nicole nämlich erzählt. Da kannst du, oder das hat sie uns allen erzählt in der Video, Leute, ne. Sie hat ja nicht nur mit mir gesprochen. Da kannst du super Lidschatten, der so schwer aufzutragen ist, auftragen und damit auch intensivieren. Das ist dann auch so ein bisschen besser, als das mit dem Finger zu machen. Das heißt, der kommt auch zu euch mit in die Verlosung. Aber was hätten die mit den Einkläppchen zusammen machen können, oder? Meine Meinung. Gut. Das war jetzt die Nummer 15. Dann suchen wir uns mal die Nummer 16. Die ist hier oben. Ein Beauty-Duo. So ein kleines Palettchen hier drin. Also die Produkte sind hier gut drin befestigt, aber nicht zu gut. Das Brow-Powder war ein bisschen zu gut befestigt. Beauty-Box-Duo für Eyeshadows. Ach Gottchen. Gut. Da kannst du dann deine Lidschatten entsprechend reinmachen. Ich gucke mal, was da jetzt noch für Produkte drin sind, weil theoretisch würde das Brow-Powder da ja auch reinpassen, wenn da jetzt noch irgendwie was anderes... Oh, ja, das kannst du super da reinklipsen, ne? Das ist natürlich super. Das ist so eine schöne Leer-Palette, ne? Ist nie weg. Nummer 17 habe ich hier unten. Stay and Shine Topcoat. Ja, richtig gut. Farbe Nummer 25. Topcoats kannst du nie genug haben, Leute. Das muss ich wirklich sagen. Und sowas hält einfach dein Nagellack besser. Macht ihn stoßfester. Macht ihn einfach irgendwie glänzender. Deswegen finde ich es klasse. 10ml ist mal eine gute Größe. Ja, das dritte Nagelprodukt, aber ein gutes Nagelprodukt. Die Nummer 18 haben wir hier oben. Vielleicht auch wieder ein Nagellack von der Größe her. Nee, hier haben wir wieder eine Probe von der Eyeshadow Base. Ja, das ist nett. So ein Pröbchen von der Lidschatten Base mit drin zu haben. Ja, aber ich finde so eine Probe schwierig in einem Adventskalender. Da hätten sie auch einfach irgendwie so ein kleines Pöttchen mit ein paar Millilitern hier reinpacken können. Das wäre irgendwie ein bisschen ansehnlicher gewesen. Kommt auf jeden Fall dann zu meinen Proben, die ich jetzt so habe. Weil da sind halt Proben drin, die ich dann auch mal für den Fullface-Proben verwenden möchte. Dann kommt das dem Ganzen vielleicht noch irgendwie zugute. Okay, das war die 18. Dann gehen wir mal zu der Nummer 19. Multistick. Cremiger, multifunktionaler Stick für den perfekten Nude-Look. Aber auch unterschiedliche Lippenprodukte hier drin. Das finde ich ja abwechslungsreich. Das ist mir immer wichtig. Können die gerne auch 10 verschiedene Lippenstifte reinpacken, solange das irgendwie abwechslungsreich bleibt. Und das ist halt ein richtiger Nude-Ton in der Farbe Rosy Toffee 60. Das ist dieser hier. Und den gucke ich mir doch mal an. Ich mag ja gerne Nude-Töne. Die stehen mir auch wohl. Oh ja. Das ist ein ganz, ganz toller Ton. Da riecht nach nichts. Ich weiß gar nicht, ob Adeko irgendwie parfümstofffrei ist oder so. Wow, der ist richtig cremig. Das hier, der untere Swatch. Mega geil. Voll meine Konsistenz. Super deckend. Und damit könnte ich meine Freude bekommen. Den klickst du nicht zu, den drehst du am Ende zu. Kommt tatsächlich hier schon zu der Nummer 20. Hier haben wir ein Nagellack. Äh, Color Base. Oh. Nö. Color Base. Ich dachte schon, das wäre ein Base-Code. Das wäre natürlich cool gewesen. Ähm, das hier ist einfach so ein Nudiger-Ton. Ein, äh, Alt-Rosé, würde ich jetzt dazu sagen. 100, nein, 1180, 363, 430. Das mit diesen Farbezeichen, das finde ich echt sehr tricky. Ähm, nicht unbedingt meine Farbe. Aber ihr habt schon ein Nagelprodukt. Das heißt, es wird anderweitig weiter wandern. 21 ist hier oben. Klein, aber fein. Boah, wenn das jetzt auch irgendwie so ein Mini-Ding für Nägel ist. Was könnte das sein? Anspitzer. Anspitzer für Nägel vor allem. Nee. Hier haben wir wieder einen Lidschatten. Oh mein Gott. Das ist aber eine schöne Farbe. Oh mein Gott. Da könnte ich ja fast schwach werden und sagen, ich will den haben. Hm, aber nein. Pearly Soft Lilac ist hier die Farbe. Ultra schön. Erinnert mich auch so ein bisschen an die 1991-Palette von Alicia Marie, weil die halt auch so diese mega schönen Töne drin hatte. Und das sieht sehr, sehr ähnlich aus. 88A ist die Farbe hier. Ähm, der kommt auf jeden Fall jetzt mit in die Verlosung. Ihr habt ja schon einen Lidschatten, dann habt ihr jetzt zwei. Und einen Lidschatten-Applikator-Schwimmchen mit dabei. Gut. Die Nummer 22 haben wir hier. Perfect Color Lipstick ist auch wieder hier die Bezeichnung. Eigentlich sollte hier übrigens was vom Bild her das Magic Fix drin sein. Ist es nicht. Ist was ganz anderes. Haben die sich nochmal umentschieden. Kann passieren. So. Äh, das ist... Ich weiß aber jetzt leider nicht, welche Farbe. Deswegen gucke ich mir das dann doch gleich nochmal an. 13,24 ist die Farbezeichnung. Oh, der ist aber auch schön. So ein schönes, dunkles Rosenholz-Move-Ton-Gedönsen. Aber der wird weiter wandern, weil ich habe ja auch schon den und der sieht dem sehr, sehr ähnlich. Der wird anderweitig weiter wandern, denn ihr habt schon ein Lippenprodukt. Ja. Genau. Ich mache hier ganz viele Verlosungen, Leute. Keine Sorge. Nummer 23. Der Tag vor Heiligabend. Oh mein Gott, sind wir hier schnell. Hier haben wir... Oh, ein Lip Liner offensichtlich, oder? Soft Lip Liner. Ich liebe Lip Liner. Lip Liner sind... Also, was heißt ich liebe Lip Liner? Ich habe gelernt, sie zu lieben. Ansonsten würde ich zum Beispiel auch nie so eine gute Kante hinkriegen bei meinen Lippenstiften, um ehrlich zu sein. So, das hier ist jetzt die Farbe 92. Der hier ist auch richtig schön. Würde jetzt theoretisch auch richtig gut zu diesem Lippenstift passen. Oder auch zu ganz vielen anderen Lippenstiften, die ich schon besitze. Passt der dazu? Ne, nicht wirklich, ne? Ist halt so ein richtiges Lila. Habe ich jetzt mal ganz individuell da genau in der Mitte geswatcht. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, das kann ich auch gut gebrauchen. Ich bin super gespannt, was sich jetzt in der Nummer 24 verbindet. Ich weiß nicht, hat Adeco auch Mascaren? Könnte gegebenenfalls eine Mascara drin sein, weil die haben wir tatsächlich hier noch nicht gesehen. Könnte vom Kläppchen her passen und es ist eine Mascara. Richtig cool. Das ist die Amazing Effect Mascara Mini Brush Maxi Volume. Und das ist diese hier. Oh ja, die hat ein Gummibürstchen, was so ausschaut. Das ist halt sehr gerade. Da bin ich ja echt gespannt, wie die performen wird, ne? Die werde ich auf jeden Fall austesten. Müffelt ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ja, das war jetzt tatsächlich, ups, der Art Deco Adventskalender. Und ich muss wirklich sagen, dass ich erstmal die Mascara aus der Hand legen sollte, dass er mir richtig gut gefallen hat. Ich werde euch tatsächlich jetzt auch noch mit in die Verlosung dieses Pferdchen mit reinlegen. Dann eure Lidschatten bekommen damit ein schönes, safes Zuhause. Kriege ich den Applikator da auch noch mit unter. Muss ich mal gucken, ne? Das sieht dann nämlich alles etwas schöner aus. Damit verlose ich tatsächlich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Artikel. 13 Artikel behalte ich und vier Artikel habe ich für später mal verschenken aufbewahrt. Das heißt, in dem Sinne ist es eigentlich eine ganz gute Geschichte. Also das ist immer eine sehr positive Sache, wenn ich einige Silber davon behalte und verwenden möchte. Ja, ich fand den Adventskalender richtig gut. Ich weiß gar nicht, warum ich mir den letztes Jahr gar nicht geholt habe. Vielleicht hat er mich der Preis abgeschreckt. Aber die Produkte, 59,95, ich glaube, das lohnt sich schon. Auch wenn man da halt nicht ganz so einen mega krassen Wertdopplung hat. Doch, eigentlich ist es doch mehr als der dreifache Wert. Also von daher, geiler Adventskalender, oder? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne. Einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!